... vielleicht libertärer Konsens. Aber wir reden über Windenergie und Partizipation. Und wir diskutieren jetzt schon wieder über Einspielen. Herr Moring, ich präzisiere, aber das rechnet sich einfach noch nicht. Und da muss der Bund, was in diesen hitzigen Tagen... Was man bei Spiegel Online, ich glaube auch bei uns, ist das nicht schade? Ganz kurz. 100 Anlagen im Wind. Also die Demoskopie. Der war der Herr Hammond. Es bleibt einfach spannend in Thüringen. Dann kann ich noch ein Bier kriegen. Ein Bier brauchen wir noch für Herrn Moring.